Norevo liefert natürliche Rohstoffe und Spezialzutaten für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Wir sitzen in Hamburg und haben Standorte auf der ganzen Welt, hauptsächlich in den Ursprungsländern unserer Produkte, damit wir dort vor Ort unsere Rohstoffe beschaffen können und sie weiterverarbeiten in eigenen Produktionen, anschließend an unsere internationalen Kunden ausliefern können. Zu unseren Rohstoffen gehören Honig, Gummi-Arabicum, Lakritz-Extrakt, natürliche Wachse wie Bienenwachs und Kanauberwachs und unsere Spezialzutaten für die Herstellung von Süßwaren, die wir Confectionary Performers nennen. Unsere Kunden schätzen besonders an uns, dass wir die Rohstoffe nicht nur in Rohform und in standardisierten Qualitäten, sondern auch in individuellen, maßgeschneiderten Qualitäten liefern. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir Honigsorten so zusammenmischen, dass sie hinsichtlich der Farbe, des Geschmacks oder der Konsistenz exakt auf den Produktionsprozess und die gewünschte Anwendung unserer Kunden zugeschnitten sind.